Ein herzliches Willkommen in der Metze Power League 2 mit Venedig mit Pogon Stettin mit Ending Servus Ending Hallo Ja Es ist ein Duell vierter gegen neunter Venedig hat im Kap Grazie Fast Abstiegsplatz Genau, Venedig hat im Kap überrascht Okay Die gehen natürlich mit seiner breiten Brust in dieses Spiel Der war schön Hat sich nicht fallen lassen Erster Tor für Pogon Stettin Und ich glaube Sanchez hat es vorgelegt Also den Pass Und ich glaube jetzt Die Pogon Stettin Und ich glaube jetzt Bisschen harter Entscheidung, die gelbe Karte. Ausgleich! Ausgleich! Krak! 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 Oh. Das war's. was ja genau, wieder drüber geflogen ist er oh der war schön, oh, Rasmussen ja trotzdem, Burgenstedt macht das Spiel sehr gut, die erste halbe Stunde wenn er versucht über Konter aktiv zu werden den kennt ihr eh, den baue ich euch nicht ein in der Kamera ja, für, jetzt für Burgen oh, bisschen abgefälscht alles sauber oh, oder was? gut, kurzer Vorteil was? oder oder? 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 ist auch neu oder weiter stehe auf stehe auf ja 21 verdient geht schon wird kommen aber statt wen ist die frage ich glaube statt sito So, hier gibt es einen Wechsel, hier gibt es einen Doppelwechsel. Ah, Pinato! war so hier der neue DLF wo 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 oder wenn ich dran ja entschuldigt leute es ist kein Raucherhusten meinem Scherz hat mir geke Verkühlung leider die 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 der war reinknudelt ja geht schon mit dem was ist ja das geht schon mit dem was machen wir nur her ja schön ja kämpfer in der zweiten Halbzeit Venedig wo klar und das ist genau ganz und das ist sehr die das ist und der ein Einer eine zwei Ja, Venedig, muss ich jetzt sagen, nach den paar Matches, das ist eine zweite Halbzeitmannschaft, wirklich. Weiß nicht warum, aber warum die das nicht in der ersten Halbzeit umsetzen können, oder? Alter. Boah, das war schön. Gut. Jetzt war ich überrascht. Ah. 74. Spielminute. Der gelbbelastete geht vom Feld. Statt ihm kommt der offensiv ausgerichtete Mann. Ah, Trottel. Oh, wie nimmst du den runter, Haverer? Oh, there ist eine Weiß. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Boah, das war jetzt. Ich denk mir schon, du spielst dich da urgemütlich. Woah. Oh. Oh. Sogar noch Zeit für Treiben. Wo ist das? Oh. 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 Sehr schön. ja oder wenn ich siegt auswärts in polen durch eine sehr starke zweite halbzeit und setze ich damit mal vorübergehend auf platz eins ja man muss auch sagen dank dem torwart steht es auch nicht höher auch wenn er das ja nicht verhindert hat ich glaube man war sehr gut heute ok ja dann sehen wir uns beim nächsten mal du bist da noch dran und das gut und ciao ciao baba